Pferde wetten 31.08.2019 Waras Knabe All Schräg Stich Australia String Theorie Autor De Selza Mackenzie YouTube Heute ist Samstag der 31.08.2019 und ich beabsichtige, im australischen Waras Knabe Assel das dortig für heutige fünfte Galopprennen des Tages über 18 scharfes S0 Meter und einem Preisgeld von 22.000 australische Dollar zu wetten, welches um 6.26 Uhr startet, dann ist es dort bereits nachmittags. Hier die Daten der Pferde. Pferd Nummer 1 Forecast 22. Ein 5-jähriger Wallach mit 60 Kilo kurz Form 75051. Das Pferd stammt aus Neuseeland und hat bisher 14 Starts, 2 Siege und 3 Plätze. Pferd Nummer 2 Forecast 184. Ein 8-jähriger Wallach mit 60 Kilo kurz Form 8900-0. Das Pferd hat bisher 35 Starts, 5 Siege und 8 Plätze. Pferd Nummer 3 Forecast 102. Ein 5-jähriger Wallach mit 58,5 Kilo kurz Form 99509. Das Pferd hat bisher 9 Starts um einen Sieg. Pferd Nummer 4 Forecast 131. Ein 5-jähriger Wallach mit 58,5 Kilo kurz Form 28837. Das Pferd Nummer 5 Forecast 193. Ein 6-jähriger Wallach mit 58,5 Kilo kurz Form 16705. Das Pferd hat bisher 45 Starts um einen Sieg. Und 10 Plätze. Pferd Nummer 4 Forecast 161. Ein 6-jähriger Wallach mit 58,5 Kilo kurz Form 64643. Das Pferd hat bisher 31 Starts, 2 Siege und 10 Plätze. Pferd Nummer 8 Forecast 283. Ein 6-jähriger Wallach mit 57,5 Kilo kurz Form 0508. Das Pferd hat bisher 4 Starts. Pferd Nummer 9 Forecast 91. Eine 6-jährige Stute mit 55,5 Kilo kurz Form 35023. Das Pferd hat bisher 26 Starts, 2 Siege und 11 Plätze. Pferd Nummer 10 Forecast 194. Eine 5-jährige Stute mit 54,5 Kilo kurz Form 7528. Das Pferd hat bisher 20 Starts, 1 Sieg und 3 Plätze. Pferd Nummer 11 Forecast 306. Ein 10-jähriger Wallach mit 54,5 Kilo kurz Form 45487. Das Pferd hat bisher 34 Starts, 1 Sieg und 6 Plätze. Pferd Nummer 12 Forecast 705. Eine 6-jährige Stute mit 54,5 Kilo kurz Form 05-07-4. Das Pferd hat bisher 22 Starts, 2 Siege und stammt aus Neuseeland. Pferd Nummer 13 startet nicht. Eine 6-jährige Stute mit 58,5 Kilo kurz Form 78315. Das Pferd stammt aus Neuseeland und hat bisher 22 Starts, 3 Siege und 4 Plätze. Ich rechne jetzt mit der Quantenmechanik erstmal aus, welche Pferde ich wetten sollte, die als Siegpferde in Frage kommen. Ich wette Pferd 2, Pferd 4, Pferd 9. Jetzt beginnt das Rennen, Pferd 2 gewinnt und es wird ein Siegquote von 184, also dem 18,4-fachem bezahlt. Bis zum nächsten Mal.